Jeder, der die PlayStation kennt, kann mit dem Namen Sony sicherlich etwas anfangen. Aber wenige von uns kennen das Xperia Z3, das Flaggschiff aus dem Hause Sony. Es besticht durch sein elegantes Aluminiumgehäuse und ist nur 152 Gramm schwer. Dank des robusten Rahmens ist es vor allen Belastungen des Alltags geschützt. Es bietet Wasser- und Staubschutz nach IP-Zertifizierung. Ein großes 13 cm Display mit strahlender Auflösung übertrifft oft die Erwartungen unserer Kunden. Wir liefern das Gerät aktuell in schwarz, kupfer und weiß aus. Dazu stelle ich heute den neuen Telekom-Tarif Magenta Mobil S-Form für nur 39,95 Euro je Monat. Dieser beinhaltet eine Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze und eine 500 MB Daten-Flatrate zum Surfen. Bei uns zahlt du selbstverständlich keine Anmeldegebühr.